Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Halo 5 Guardians. Wir sind auf Genesis und ballern uns ja momentan den Weg frei. Und ich gebe lieber mal Gas, bevor das Ding uns noch erledigt. Schlicht und Neuigkeit, Menschen. Den haben wir schon mal zerlegt. Und vermutlich nicht zum letzten Mal. Erst recht, Pinotant. Werter, warum hilfst du der Dienerin? Das entspricht nicht dem Protokoll. Es ist falsch. Du wirst hier nicht länger möglich, Illuminatio. Irgendwas verpistet. Die Abgewinnung hat Rettung. Also ich treffe nicht die. Ich trage zu. An alle, die Gesundheit gesagt haben, danke. So, das war mal wieder. Fantastisch. Ich bin überglücklich, dass sie noch leben. Aber der Werter war trotzdem siegreich. Wie das? Kurtanas Plan ist so weit vorangeschritten, dass jede Sekunde ihr hilft. Wer noch? Scheiße. Das Tor ist gleich hinter diesem Hügel. Los. 1-1-7, wenn Sie mich hören können. Wir nähern uns dem Tor. Halten Sie die Stellung. Kontraber blockiert den Funk? In der Tat. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Menschen noch im Tor sind. Achtet auf scharfschützen im Hintergrund. Schon wieder? Ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Wir sollten halten für Hartenmängigkeit, auch wenn es in Wahrheit selbstbörderischer Fragen ist. Ihr habt euch wacker geschlagen, Spatens. Doch euer Kampf ist vorbei. Nein, ist es nicht. Oh, ich hasse diese Schwer. So weit sind wir noch lange nicht. Letztes Gefecht. Wir sind auf der Ende schon mit dem Spieldostein. Jetzt weg, du kleine Sau. Ich mach dich nicht. Ich mach dich nicht. Ich mach dich nicht. Das war eine Scheiße. Okay, du bist ein. Hier, raus. Oh, mir ist der schon wieder. Ähm, es prallt irgendwie alles ab. Wow. Aha! Hilfe! Das war's. Meine Panzer unblockiert! Rauche, Hilfe! Lass den Springer kein Wort auf mit dir laufen! Scheiße! Ich weiß nicht, wie wir den erleben sollen. Ich schieße auf das leuchtende Ding. Wer ist das? Wer ist das? Danke, Spaten! Hab schwere Schaden! So, tschüss jetzt! Hau jetzt ab! Hau jetzt ab! Hau jetzt ab! Ich hab' noch nicht in der Matte! Danke! Ich wurde erhöht! Ich hab' noch nicht! Ich hab' noch nicht! Ich mag das wie nirgends. Das ist zu viel auf einmal. Das war eine Scheiße. Ja, aber wir sind hier. Kommen wir hin. Das muss auch sein. Gehalten, gehalten. Ich brauche Hilfe. Meine Panzer umblockiert. System ausgefallen. Oh, und weiter geht's. Drücken. Was? Was? Ihr habt ihn bestimmt verletzt. Weiter so. Ehe gut. Ich weiß genau, wo ihr euch versteckt. Was tut sie das? Halt nur stehen! Fantastischer Erfolg, Mensch. Der Werder ist außer sich. Keiner weniger! Feuert auf den Werder! Ihr dachtest, die Waffen gehen zu sein! Ja, völlig verloren! Hab ich doch schon. Oh nein, wähle es doch. Zieht auf den Springen dabei! Ich werde doch nicht aufschlagen. Ich werde doch nicht aufschlagen. Es ist zu weg. Ach, das ist die Waffe. Ich gebe es nicht an. Wie ich arbeiten kann. Not los! Es ist auch wieder! Direkt nicht höher! Ihre Kampfkünste sind beeindruckend. Bald wird der Werther besiegt sein. Oder zumindest diese Körper. Der Werther ist der Grund. Achten Sie nicht auf mich. Sie schlagen sich sehr gut. Rauche Hilfe! Harten wir nicht! Wir helfen uns an. Wieder auf den Weinen. Danke. So ist mir eine andere Gefahr. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich habe ihn getroffen. Feuer vom Bruder. Ja. Ja. Die sind die zufrieden. Systemausfall. Ich habe die Brüder. Ein Schritt zurück. Rauche Hilfe! Sebastian Werther ist ein. Ohne von der Merke. Kurz war. Ganz ruhig. Schattelgeschuss. Geht los. Feuert auf den Wärter! Versteigend, Herr Lill. Um ihn erhoben, für sich sein Rutsch! Durch meine Hand! Fast geschafft! Kämpfen Sie weiter! Eine neue Waffe! Ich werde mich hier schaffen! Was ist er dann? Finden Sie die Maße, Chief. Geschafft. Da, die andere! Chief! Bitte, Halt! Cortana! Ist gefährlich. Ich weiß. Sie müssen das nicht allein machen. Wir können Ihnen helfen. Dafür ist es längst zu spät. Cortana! Nein! Oh nein! Sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen. Das wird der Wärter nicht länger dulden. Uh oh. Was ist denn, Lüdi? Wo sind wir hier? Cortana. Was ist das? Cortana, antworte! Bewehrst Ihnen eine Audienz. Du riskierst alles im Namen von... was? Cortana! Wärter, halte dich! Sie wollen deine Pläne ungeschehen machen. Sie werden deine Wächter vertreiben! Lass uns allein, Wärter! Oh! Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass er hier eindringen kann. Genug, Herr Spielchen. Du hast die Wächter hergebracht. Wozu? Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden. Ich habe das Gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich habe noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Okay. Bin unterwegs. Das kann man ja eh nicht machen. Ich glaube, ich weiß, wer der End... Wer der End-Boss ist. Das ist einfach der Wärter in fünf verschiedenen Formen. Der dritte wird es wahrscheinlich nicht sein. Weil Chile ist der Lied. So. Kommt schon. Die wollte ich. Ich bin einfach über alle durch. Das ist das Beste. Was muss man machen kann. Anscheinend. Okay. Du bist gleich weg. Du bringst dich nicht auf. Du bist gleich weg. Pass dir weg. Ja, gut. Lieger Arm. Rechter Arm. Keine Mühen mehr. Lass das doch jetzt. Ja, so wollte ich das schon. Warum nicht gleich so? Aha. Findet einen Weg, die Tür zu öffnen. Okay, mit Anlauf klappt es auch nicht. Kommen wir da durch. Hm. Ah, gefunden. Braucht nicht. Da hat ein Pakt geschniedet. Mit wem? Wie kann er wieder wandeln? Das war viel. War das der Letzte? Bestätigt. Gesichert. Die Tür ist offen, Chief. Und rein. Mal Abmarsch. Gut gemacht, Jordan. Der Wärter würde das nie zugeben, aber du hast ihn beeindruckt. Was ist zur Hölle? Was ist das? Es tut so gut, dich wiederzusehen, John. Euch alle zu sehen. Wieder vereint. Als Familie. Psychologische Taktiken. Nicht mit Namen ansprechen. Netz sein. Was sollte ich denn tun? Mir die Wahrheit. Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriefst? Ja, die würde mich auch mal interessieren. Sag an. Du blöde Puh. Wer dir seine Fragen antwortet, du wirst ihn nie überzeugen. Lass dich an. Noch mehr Feinde? Wir regeln das. Komiteanische Soldaten. Wieso das denn? Lass mich doch ein Feinde gehen. Totaner, wir fliegen in der Galaxie. Und wir nehmen uns an. Hochtet mich ins Feuer. Ah. Ich hab mir dann Stratmel geschützt. Und dann geht es hier ein bisschen lustiger zu. Genau. Danke. So. Eins leer. Nächstes geholt. Ich verstehe ihn fast nicht. Ich könnte mal lauter reden. Wo bist du? Kommt hier. Ich hab schon gedacht, ich bin wieder alleine. Oh. Danke. Macht das mal. Konzentriert euch auf das Geschütz. Super, ihr habt es geschafft. Und das noch. Hör mal so, ich hab das Geschütz. Direkt. So, Tür. Die müsste ja aufgehen, aber das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich danke dir fürs Zusehen. Lass mir einen Kommi und ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.